Man muss achten, um tief und sinnvoll zu leben. Pater Wallner ist Sprecher vom Zisterzienserkloster Stift Heiliger Kreuz in der Nähe von Wien. Das Hörbuch ist rausgekommen im Lüppe Audio Bücher zum Hören Vertrieb und aufgenommen worden bei Atraudo in Köln. Wir sind Helden. Die Soziologen sagen einmütig, dass wir in einer Zeit des Superindividualismus